was geht war dann am start, wir haben den 10.11.12 Uhr noch was, es regnet leicht und ich muss noch Zeitung austragen gehen, richtig belastend bei dem Wetter, aber naja was wir machen, mal schauen was heute sonst noch so geht. Also bin jetzt wieder daheim, erstmal ein bisschen chillen, gleich noch kochen und ja dann erstmal wieder gut zocken. Und es lädt grad noch ein Video für den Gaming Kanal hoch und das andere Video ist hier in der Warteschlange drin. So Mittagessen ist am Start, schön Nudeln mit Soße Leute, schöne Gönnung. So hat mir das ganze jetzt noch schön mit Käse überbacken in der Mikrowelle richtig geil, da habe ich richtig Bock drauf gehabt Leute. So und während einem Essen noch eine Folge The Walking Dead schauen, das ist jetzt Staffel 4, Folge 3 oder 4, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube Folge 3. So Leute, jetzt erstmal noch ein bisschen World War 2 zocken, falls es dann geht. Hier, ich bin Level 28, ich kann euch ja grad mal hier bisschen so meine Stats und so zeigen. So hier seht ihr, was so abgeht. So halb acht, erst mal noch gut kochen. So erste Portion am Start, bisschen Ketchup dabei, so muss das. So und beim Essen noch Walking Dead, Staffel 4, Folge 4 schauen. So jetzt noch ein bisschen was essen Leute, wir haben 22.59 Uhr, sprich gleich 11 Uhr. Und dabei noch bisschen den Beat hier gönnen Alter. So beim Essen noch eine Folge The Walking Dead schauen. So beim Essen noch eine Folge The Walking Dead schauen. November 8. Vielen Dank.